Hey, ich bin die Tuba und bin seit sieben Jahren in der Doro-Klinik und leite zwei Teams. Wir haben nie Langeweile in der Klinik, vor allem heute. Hallo, ich bin die Daniela Katzenberger, der ein oder andere kennt mich. Ich vertraue den Mädels hier, die sind mega lieb. So, gleich geht es hier weiter. Ich habe keine Sekunde bereut, ein Teil der Doro-Familie zu sein. Hier hast du ganz viele Möglichkeiten. Deine Arbeit wird wertgeschätzt. Wir machen ganz viele Fortbildungen. Möchtest du auch ein Teil der Doro-Familie sein? Dann bewirb dich jetzt und komm zu uns. Klick unten an und bewirb dich in der Doro-Klinik.